Wieso fliegst du eigentlich rüber, so ein komisch bisschen Rückenflug und dann dreist du rüber gleich um? Ja, weil das geil ausschaut. Nein, das schaut nicht geil aus. Das ist viel schöner, wenn du da mal einen gescheiten Rückenflugkurven fliegst. Ja, das kommen wir auch. Noch schöner ist am Rücken vorbei. Cool, oder? Die Endprobleme, oder? Ja. 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 Da geht es, Martin. Mäßig? Ja. Ich werde schon überlegen, wie das im Land kommt. Mal die Schnee genug, oder? Du gehst ja noch leichter um die aus. Ja. Ja. Ja, hätte ich einer ein bisschen mehr Ja, bloß musst du weiter außen fliegen, weil du bist da vorne im Lee Weiter außen? Ja, glaube ich halt Aha, da reicht du ein bisschen Ich weiß nicht, wo du so reißt Weil du noch ein Landstatt Aha, da hinten kommen wir leicht von Westen um Ich kann mal kreisen, wenn es nichts gibt Ah ja, da vorhin geht es überall what Oh 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 Oh